Moin und juhu! Am 18. Januar kann ich nämlich von zu Hause ins Winterhuder Fährhaus zu Fuß gehen. Oder Sie nehmen mich mit, wenn ich mit diesem Schild irgendwo am Straßenrand stehe. Ich will pünktlich sein am 18. Januar zum Jahresrückblick 2015 und Sie mit lauter neuen Geschichten von Prominenten überraschen und beglücken. Also jetzt noch Karten sichern. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal hier. Vielen Dank.